Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin mir sicher, einige von euch wäre es schwer, falls ich dieses Video anzuhören, geschweige denn zu verstehen, was ich dadurch jetzt zu verstehe, als ich es tue. Denn die Videos auf meinen PS4 sind für sicher hochladen, wenn ich Lust und Zeit habe und daran denke, weil ich die Videos aufnehmen werde ich nur noch, wenn ich wirklich Lust dazu habe, wenn überhaupt. Alles ausgedrückt, auf YouTube werden nur noch wenig Videos erscheinen, wenn überhaupt. Denn ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich 1000 Abonnenten schaffe, geschweige denn von 100. Und ohne 1000 Abonnenten, wenn du geschaut seid, kann ich nun mal, ja jetzt am besten, kann ich nun mal halt kein Geld über YouTube verdienen. Und deswegen, weil ich, deswegen lade ich nur halt einfach keinen, deswegen habe ich einfach keinen Lust mehr darauf. Es werden es versuchen. Dann kann ich es verstehen. An allen, die es nicht verstehen, sorry, aber es ist so. Wenn ich 1000 Abonnenten erreiche, werde ich auf jeden Fall noch mal drüber nachdenken. Aber wie viel ich meine Männer werden kann ich nicht versprechen. Also dann, alles verstehen, sage ich danke. Alles nicht verstehen, ihr werdet euch vielleicht abfinden müssen.